Auf los geht's los, Spitzenspiel bei den Race Cups, Sonntag 8.10.2023, Willensdorf erstes Turnier, läuft seit 10 Uhr, das müsste die fünfte Runde sein, und zwei absolute Top-Favoriten, den links kennt der Michael Schüller, der ist schon ziemlich sicher für die Endausscheidung im Rupolding, qualifiziert, Mark Fischer spielt nicht ganz so viel, aber auch trotzdem noch immer mehr. in den Hallen dieser Welt zu sehen. Und schon steht's 1.0. Ich dachte, du wolltest ein Begrüßungswort sprechen. Ich dachte, du wolltest es nicht. Er ist eigentlich ein scheiß Begrüß. Räume auf. Räume auf. Oh, Wahnsinn! Dann kann man das auch einschlägen. Oh, okay. Jeder Bauer wird rausgeschnitten. Das ist aber kurz. Ja, es происходит jetzt ein paar Bauteradungen. Alright, wenn du mal craftigststststststststststststststststststststststststststststststststststststststst можешь z 2-3 1-2 5-6 1-2 3-3 Dreifel! 2-3 6-6 2-3 Gut! Oh, Brüder! Oh Gott, Brüder! Oh Gott, Brüder! Oh Gott, Brüder! Oh Gott, Brüder! Das ist der Auge. Nein! Komm jetzt! 7-0 für mich! 4-5 9 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 10 11-0 hat es noch nicht gegeben hier we go hehehe oh bäh oh bäh oh bäh oh 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 ja ja und wenn wo ja ja Auf geht's Marc. I can't, my bro, all my books are out. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.